Hallo und herzlich willkommen zu DigiDigger, deinem Podcast rund um New Work, digitales Mindset und Unternehmertum. Heute habe ich die große Freude, den Jaso hier am Start zu haben. Jaso ist Gründer und CEO bei Ampido und was Ampido und Jaso genau machen, erzählt er euch gleich. Es geht, schon mal kleiner Spoiler vorweg, um die große Frage der Parkplatzsituation in Großstädten und wir haben beide gerade schon gelacht, weil der Tim mir eben spontan gesagt hat, ich schaffe es heute nicht, ich bin im Zug unterwegs und da ist Verspätung wie immer, das heißt so das ganze Thema Mobility und wie bewegen wir uns eigentlich und wie, wo parken wir, wie kommen wir von A nach B, das treibt uns ja alle jederzeit um und Jaso versucht dafür mit seiner Company eine Lösung zu bieten. Aber als allererstes, Jaso, die erste Frage geht an dich. Wer bist du und was machst du? Erzähl doch mal bitte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin der Jaso oder mein kompletter Name ist Jaso Taranpaka-Satana, deshalb einfach gerne Jaso. Ich gehöre zum Gründerteam von Ampido. Wir haben Ampido vor zehn Jahren gegründet mit dem Ziel tatsächlich die ungenutzten Parkflächen besser zu nutzen, auch eine größere Nutzergruppe zugänglich zu machen. Ja, du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Airbnb für Parkplätze. Das ist das, was wir machen seit zehn Jahren. Ja, krass. Erzähl doch vielleicht mal zu Beginn noch ein bisschen was so zu deiner Person. Vor zehn Jahren habt ihr gegründet. Was hast du vorher gemacht und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin wirklich tatsächlich zum Ende meines Studiums hin auf das Thema Parkplatzproblem oder eben die Möglichkeiten, wie man die Parkplätze besser nutzen kann, gestoßen. Ich habe eine Uni Köln Wirtschaftsinformatik studiert und zum Ende des Studiums wollte ich mich schon selbstständig machen. Hatte schon quasi ein Gründungsteam, aber noch keine Geschäftsidee. Und da war die Uni Köln sehr behilfreich. Die haben ihr Studentenparkhaus geschlossen bzw. abgerissen und das Alternativparkhaus wurde nicht rechtzeitig fertiggestellt. So hat sich die Situation von einem Tag auf den nächsten zugespitzt. Und wir haben uns dann gedacht, hey, tagsüber, wenn die Studierenden anreisen, stehen die ganzen privaten Einfahrten und Inhöfe leer, weil die Uni Köln ist mit im Anwohnergebiet. Und haben uns dann gefragt, hey, können wir da nicht die Parkplätze tagsüber nutzen und dann quasi irgendwie zum Nachmittag, abends hin, wenn die Situation sich schon entspannt, sind die meisten Studierenden auch schon wieder weg, wenn die Pendler wieder zurückkommen. Und so haben wir das Ganze gestartet. Das heißt, relativ wenig Berufserfahrung außer in Praktikas. Und direkt gestartet eben mit der eigenen Firma. Ja, krass. Und das dann heute auch schon zehn Jahre her, ja? Ja, genau. Also es ist eine gute Reise gewesen. Wir haben, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, mehrere, wie man es heute nennt, Pivots gemacht. Aber die Grundidee zu sagen, hey, wir haben kein Parkplatzproblem, sondern wir haben viel mehr Parkplätze, als wir wirklich benötigen. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Das haben wir, das verfolgen wir eben seit dem ersten Tag an. Und dann erzähl doch mal so ein bisschen, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Ich meine, zehn Jahre ist ja wirklich eine sehr lange Geschichte. Erzähl doch mal, wie es dann losgegangen ist mit der Uni, wie ihr von da weitergegangen seid. Und was waren so die größten Milestones bisher? Ja, wir haben wirklich, ich habe Wissenformatik studiert und die so die allererste Web-Version, haben ja wieder wie so eine Liste, wenn man so will. Die habe ich dann auch noch selbst aufgesetzt, wo wir dann versucht haben, die Anwohner im Umkreis zu fragen, hey, darf ich bei dir parken, wenn du tagsüber unterwegs bist? Einige haben da tatsächlich sogar mitgemacht und haben dann gesagt, hey, eigentlich müssen wir das viel größer aufziehen, also wirklich als eine Firma aufbauen. Haben dann relativ schnell, relativ gutes Feedback bekommen. Einmal von den Kunden, die unsere Parkplätze nutzen. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr schnell sehr gute Business Angels gefunden, die an uns geglaubt haben und an die Idee geglaubt haben, sodass das sehr schnell, sehr konkret wurde. Haben dann aber doch eine lange Phase gebraucht, um unser Geschäftsmodell zu finden. Es ist nämlich so, dass wir in dem Parkplatzmarkt natürlich sehr, sehr viele verschiedene fragmentierte Eigentümerstrukturen haben. Und da wirklich unseren Weg zu finden, wie wir skalierbar, reproduzierbar unser Modell expandieren können, hat einfach viele Jahre gedauert. Das ist vielleicht so mit so der wichtigste Meilenstein. Und bis dahin haben wir sehr, sehr lange in einem sehr kleinen Team gearbeitet, um wirklich zu sagen, okay, bevor wir irgendwie super viele große Features bauen oder ein riesen Marketing-Team aufbauen oder sowas, war für uns wichtig, okay, wir müssen herausfinden, wie wir schneller und eben profitabel an Parkplätze kommen. Und jetzt stehen wir eben an dem Status, wo wir wissen, okay, das ist unser Geschäftsmodell, so können wir profitabel wachsen. Unser Kern ist profitabel bereits und expandieren jetzt. Wir sind jetzt in einigen deutschen Städten unterwegs, Köln, Düsseldorf, Berlin, München, da kann man schon uns ganz gut nutzen. Wir wollen in den Städten natürlich noch stärker expandieren, aber auch in allen anderen deutschen Großstädten weiter expandieren. Ja, mega spannend. Also dieses, ich habe mir direkt ein Zitat von dir aufgeschrieben, wir haben keinen Parkplatz, sondern ein Kommunikationsproblem. Finde ich mega interessant, weil wenn ich so aus der Nutzersicht mit dem Auto irgendwie in der Stadt unterwegs bin, denke ich ja schon immer, wow, wo soll ich denn jetzt parken, wo finde ich denn was? Und da haben wir ja wirklich eine Herausforderung. Erzähl doch mal, wo ihr jetzt zumindest in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt gelandet seid. Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt länger gebraucht, um das Geschäftsmodell bis zum Stand heute zu finden, von dem ihr dann auch skalieren könnt, wo ihr jetzt wachsen wollt. Was ist euer Beitrag? Also wie sieht das Geschäftsmodell aus und wie löst ihr das Parkplatz-Kommunikationsproblem heute? Ja, sehr gerne. Also wir haben auf der Anmietungsseite oder auf der Parkplatzseite haben wir zwei Modelle. Auf der einen Seite fungieren wir als Vermittler von Parkplätzen. Das sind so knapp 15.000 Stellplätze, bei denen wir tatsächlich die Parkplätze in unserem System listen und die eben gebucht werden können von Autofahrern. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Modell, dass wir Parkplätze selbst anmieten. Also wirklich hingehen, eine fixe Miete zahlen und die dann über unsere Plattform flexibler vermieten. Das sind jetzt auch schon ein paar tausend Stellplätze, die wir auf unserer Balance-Sheet haben und die wir dann auch weiter vermieten. Vielleicht noch ein Punkt, weil du es eben auch gerade angesprochen hast. Die Parkplatzsituation für Autofahrer, dass wir das jetzt schon eben sagen, okay, wir nutzen die vorhandenen Ressourcen, machen das einfach, versuchen den Park-Sufverkehr zu reduzieren. Aber wo wir langfristig hingehen, und das ist auch quasi in Zusammenarbeit mit den Kommunen, da arbeiten wir mit der Stadt Köln zusammen, sind auch schon sehr tiefen Gespräche mit der Stadt Düsseldorf, kriegen Anfragen auch von großen, aber auch von mittelgroßen Städten, wie zum Beispiel die Stadt Wuppertal, wo wir wirklich hingehen und sagen, okay, wie können wir es schaffen, dass wir die vorhandenen Flächen effizienter nutzen und parallel dazu die öffentlichen Stellplätze zurückbauen, also wirklich den Raum den Anwohnern zurückgeben. Weil das ist ja wirklich das, wo es langfristig hingehen muss. Und dann hat, okay, eine gerechte Verteilung der Flächen, eine sinnvolle, intelligente Nutzung der vorhandenen Ressourcen und dann quasi mit den Kommunen gemeinsam sogar dazu beizutragen, eine Verkehrslenkungsfunktion einzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Superspannende an unserem Modell, dass wir wirklich sagen können, okay, jede Autofahrt, das ist halt Individualverkehr und das ist halt etwas, was viele Menschen brauchen. Auf der anderen Seite, wo wir auch sagen, okay, das muss man aber auch irgendeiner Weise regeln oder steuern. So wie heute, dass quasi jeder einfach in die Innenstadt fährt und dann 20, 30 Minuten Park- und Suchverkehr mit einplant. Das ist halt nicht sinnvoll und so all die Herausforderungen, die wir jetzt haben als Kommune, das geht besser und wir wollen da ein Tool sein, um das eben sukzessive zu verbessern. Und als allererstes nutzen wir einfach erstmal die vorhandenen Ressourcen, machen daraus ein Geschäftsmodell, versuchen damit auch wirklich uns selbst zu, also dass wir da wirklich ein Geschäftsmodell haben, mit dem wir quasi mit jedem Parkvorgang so viel verdienen, dass wir eine Firma betreiben können und im nächsten Schritt dann, da arbeiten wir ja jetzt schon mit den Kommunen zusammen, auch wirklich, ja, irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kommunen ihre CO2-Ziele auch erreichen. Ja klar, allein der Begriff Parksuchverkehr, den kannte ich so bisher noch nicht, aber das macht ja total Sinn. Also klar, wenn ich irgendwie in die Stadt fahre und einen Parkplatz suche und dann noch 20 Minuten unterwegs bin, klar, dann verbrauche ich Platz, ich stoße CO2 aus, ich verschwende meine Zeit und ja, wenn ihr dabei behilflich sein könnt, das ist natürlich super. Plaudere doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn du kannst, bitte, und erzähle, wie so die Arbeit mit Kommunen, wie das funktioniert. Wir haben schon an unterschiedlichen Stellen, auch in unterschiedlichen Folgen, die wir für DigiDigger gemacht haben, so Kommunalgespräche gehabt. Jetzt ist das Parkplatz-Thema ja natürlich ein sehr großes und auch so aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Und wir haben ja jetzt auch schon viel gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, du bist der Experte auf dem Bereich, aber wenn ich so gerade zu Corona-Zeiten ja auch durch die Stadt gegangen bin oder auch jetzt in dem Falle durch Köln, ist ja schon viel auch an Parkplatz-Space, zum Beispiel an Gastronomen und Gastronomen gegeben worden. Wir sehen Parkplätze, die wieder genutzt werden, zum Beispiel in Ehrenfeld auf der Vennlauer Straße, wo Platz entsteht, wo ich Platz nehmen kann, also wo irgendwie Blumen entstehen oder wo Sitzflächen gebaut werden. Und wenn ich als Fußgänger vorbeikomme, mich immer freue und wenn ich im Auto sitze, immer denke, ja fuck, wo soll ich denn jetzt parken? Erzähl doch mal, wie so da die Gedankengänge sind und wie das auf kommunaler Ebene funktioniert. Also erst einmal ist es so, dass die Kommune unterschiedliche Interessen auch hat. Also es ist tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite sehen, da gibt es so eine gesamte Strategie, wo es dann wirklich geht, hey, wir wollen 20, 25 Prozent der öffentlichen Stellplätze zurückbauen und den Anwohnern wieder zurückgeben, was einfach absolut in die richtige Richtung geht, also aus meiner Perspektive. Und da werden wir auch tatsächlich von den Kommunen selbst angesprochen, also wenn wir jetzt wirklich von der Stadt Köln oder Stadt Düsseldorf sprechen, die von sich aus auf uns zukommen, also wir haben gar keinen eigenen Mitarbeiter, der sich irgendwie speziell um Kommunen oder in die Zusammenarbeit mit den Kommunen kümmert. Das funktioniert dann super gut. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Dinge, die dann wirklich, ja, also eine Kommune ist dann halt tatsächlich nicht so agil, wie wir das als Unternehmen sein können und das merkt man auch an einigen Stellen. Dass teilweise irgendwie Baugenehmigungen für so eine Zwischennutzung, das ist eines unserer Felder, wo wir sagen, hey, da ist eine Baulücke oder da ist eine Projektentwicklung, die gerade stillsteht und gerade in der Immobilienkrise kommt das ja auch nochmal verhäuft vor, wo wir sagen, hey, dann bewirtschaften wir einfach diese Fläche jetzt als Parkplatz, ohne irgendwelche Umbauten oder sowas. Wir lassen einfach das Tor auf, machen einen Banner von uns hin mit einem QR-Code und dann wird die Fläche eben betrieben als Parkfläche. Und das kann dann halt sehr schnell gehen, kann aber auch sein, dass dann sowas irgendwie, wenn dann irgendwie eine, ja, einfach so ein Antrag auch nochmal sechs, sieben Monate beim Bauamt liegen kann, und dann ist eigentlich schon wieder der Drops gelutscht, weil es dann da schon wieder weitergeht. Das heißt, ja, also das merken wir dann tatsächlich, dass es dann Kräfte gibt, die dann sehr stark in unsere Richtung oder uns irgendwie auch ziehen, aber auch auf der anderen Seite tatsächlich Blockaden vorhanden sind, wo dann auch, also Dinge einfach auch schwieriger machen. Das ist wahrscheinlich einfach die Komplexität, die dann in so einer Kommune auch herrscht. Aber prinzipiell, so als Gesamtfazit kann ich schon sagen, dass ich, also ich bin jetzt ja auch, wie gesagt, schon zehn Jahre dabei, sich sehr, sehr viel verändert hat. Also das geht alles wirklich super, also ich bin da super optimistisch, in welche Richtung das geht, wie auch die Gespräche verlaufen mit den jeweiligen Vertretern. Ja, an der einen oder anderen Stelle würde man sich, oder würde ich mir mehr Pragmatismus wünschen. Ja, aber ich denke, das kommt auch mit der Zeit, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ja, ich hoffe, also schön erstmal von dir zu hören, dass wir da zumindest schon mal auf einem guten Weg sind, wie an vielen anderen Stellen auch, aber wir auch noch einen guten Weg zu gehen haben. Lass uns dann doch nochmal, jetzt haben wir, jetzt haben wir über, auf kommunaler Ebene gesprochen, wir haben schon mal kurz angerissen, die andere Säule, privat, also nicht öffentlich, sondern private Stellplätze. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kommt ihr mit den Menschen in Kontakt? und ich stelle mir jetzt vor, ich habe irgendwie einen Parkplatz, der entweder mir gehört oder den ich angemietet habe in der Stadt. Wie managt ihr dann das mit mir als Parkplatzgeber sozusagen? Ja, also in dem Privatsegment arbeiten wir vor allen Dingen mit den großen Immobilienunternehmen zusammen. Also wirklich professionelle Immobilienunternehmen, die in der Regel viele Stellplätze haben, die unvermietet sind oder zu gewissen Zeiten einfach nicht genutzt werden. Das ist schon so unser Kern. Es ist aber heute immer noch möglich und das ist so, dass eine Privatperson, also du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte meinen Parkplatz tagsüber vermieten, wenn ich zur Arbeit fahre und dann kannst du das auf unserer Plattform machen. Du kannst deinen Parkplatz einstellen. Das durchläuft in einem gewissen Check, also immer auch menschlichen Check und dann wird der Parkplatz freigeschaltet und dann du stellst dann tatsächlich ein, zu welchen Zeiten du den Parkplatz vermieten willst, zu welchem Preis und solange da keine Beschrankung ist, funktioniert das auch bei Privatpersonen. Sobald wir eine Immobilie haben, die dann irgendwie ein Tor oder eine Schranke haben, dann müssen wir schon mit dem Eigentümer zusammenarbeiten. Wir haben ein kleines IoT-Modul, was wir an die Schranken-Garagen-Steuerungen installieren können, sodass der Kunde per App die Schranken öffnen kann, aber dazu arbeiten wir dann schon mit den Eigentümern zusammen und in der Regel lohnt sich das dann für uns auch erst, wenn wir mehrere Stellplätze berirtschaften können hinter so einer Schranke oder hinter einem Garagentor. Ja, macht ja total Sinn. Okay, das ist spannend und dann je nachdem eben zu gucken, okay, was sind es für Parkplätze, sind sie zum Beispiel am Wochenende frei, weil es ein Bürogebäude ist und dann könnte ich, wenn ich privat in die Stadt komme, sie dann nutzen, weil die Firmenstellplätze beispielsweise am Wochenende einfach frei sind. Ja, absolut richtig. Oder wir haben auch Firmen, die dann sagen, okay, hier meine Stellplätze dürfen am Wochenende vermietet werden, aber nur an E-Autofahrern zum Beispiel. Also wir haben auch wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass wir auf Privatgrundstück unterwegs sind, auch gewisse Filter einzusetzen, gewisse Anreise auch zu setzen, die man jetzt auch im öffentlichen Raum nicht mal so eben machen kann oder nur nach einem sehr langen Prozess irgendwie umsetzen könnte. So können wir da auch wirklich individuell eingehen und sagen, okay, gewisse Stellplätze werden nur gewisse Nutzerkreise angeboten. Wir haben auch Firmen, die ihre Parkplätze zum Beispiel nur intern nutzen. Die dann sagen, hey, meine Mitarbeiter kommen nur zwei, drei Tage die Woche und ich brauche eigentlich nicht mehr die 50 Stellplätze 24-7. Wir müssen das irgendwie besser regeln. Auch das können wir machen. Also wir können da, im Prinzip ist das ja, zwar die Fläche ist physisch, aber der Zugang und die Kommunikation ist ja komplett digital. Und das können wir per Software super individuell, je nach Anwendungsfall auch immer einrichten. So ist dann tatsächlich unser Einzugsgebiet, wenn man so will, also nicht nur geografisch, sondern auch von dem, was wir an der Bewirtschaftung machen, ist immer über die Zeit weiter gewachsen. Und ja, ich sage eigentlich so, das, was ich immer sage, ist, dass wir uns nur auf Parkplätze konzentrieren, aber da quasi alles machen. Ja, ist ja ein riesiges Feld und riesen, riesen Herausforderung. Jetzt haben wir über, jetzt haben wir auf die eine Seite stark geguckt und haben irgendwie geguckt, okay, wie können wir öffentlich einen Parkraum nutzen? Wie nutzt ihr auch privaten Parkraum und Parkplätze, die vielleicht leer stehen temporär? Lass uns doch mal auf die mietenden Menschen gucken. Wie funktioniert euer Angebot, wenn ich jetzt einen Parkplatz suche? Ja, also du kannst die App runterladen, iOS oder Android App runterladen oder auch einfach über unsere mobile Webseite einen Parkplatz buchen. Also das heißt, du suchst dann, sagst dann, okay, ich habe nächste Woche einen Zahnarzttermin, gibst die Adresse ein, sagst dann, von wann bis wann du den Parkplatz brauchst. Dann kannst du den Parkplatz über uns buchen, kannst dann per PayPal und alle anderen Online-Zahlenmethoden über uns bezahlen, kriegst dann einen digitalen Zugangsschlüssel auf dein Smartphone, ist quasi ein Button, wenn du so willst, in deiner App, mit der fährst du dann vor die Schranke oder Garagentor und kannst sie dann öffnen, genau zu der Zeit, in der du ein gültiges Ticket hast. Also im Prinzip ist das so, als wenn du dir ein Zimmer, ein Hotelzimmer buchst. Genau. Mit was für einem Vorlauf kann ich das machen? Du kannst bis zu drei Monate im Voraus buchen. Ach krass, okay. Du kannst eine Viertelstunde buchen bis hin zu auch Monatsbuchungen. Also wo du sagst, okay, ich brauche den Parkplatz jetzt aber wirklich 247 jeden Tag, dann geht es auch über uns. Also klassische Dauerparkermöglichkeiten bieten wir auch an. Was vielleicht wichtig ist, wie wir an die, also wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie wir an die Parkplätze kommen und das ist auch tatsächlich unsere Reise gewesen in den letzten zehn Jahren, wirklich uns darauf zu fokussieren und auch zu spezialisieren, die Parkplätze zu bekommen und die so herzurichten und zu betreiben, dass sie möglichst simpel und einfach genutzt werden können. Auf der Endkundenseite hatten wir, ja, das wächst tatsächlich über Word of Mouth. Also wir haben bisher bis heute keinen Marketing-Werkstudenten oder Werkstudentin gehabt, sondern das ist tatsächlich dadurch, dass wir mit seltener Erde handeln, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das so, dass wir da Gott sei Dank die Situation haben, dass sich das gut weitererzählt. Wir haben auch sehr, sehr viele wiederkehrende Kunden oder der Großteil sind wiederkehrende Kunden, die immer regelmäßig einen Anwendungsfall irgendwo haben. Ja, das führt eben dazu, dass wir da mit sehr, sehr geringen Marketing-Kosten unser Geschäft betreiben können. Ich bin in der Tat mal auch schon vor Jahren auf euch aufmerksam geworden, einfach durch die Plakatierung der Parkplätze. Also, dass ich einfach gesehen habe, ah, da hing irgendwie so ein Banner von euch und ich habe es irgendwie in der Stadt gesehen und dachte, ach krass, das muss ich mal ausprobieren. Ja, genau. So ist auch sehr häufig der Anwendungsfall. Also, entweder hörst du das von Kollegen oder Freunden oder du hast regelmäßig einen Anwendungsfall, siehst die Beschilderung. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass man in der Regel keine Zeit hat, da noch eine App runterzuladen oder sowas. Aber, so wie du das gesagt hast, dass man dann sagt, okay, ich muss das mal ausprobieren beim nächsten Mal oder so und dann beschäftigt man sich dann, wenn man Zeit hat und in dem Moment, wo du Kunde wirst bei uns, führt das eben dazu, dass auch lange Kunde bleibst. Ja, klar. Oder, so wie in meinem Fall, man wohnt einfach eine Minute zu Fuß vor einem Office. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau, ja. Okay, cool. Dann haben wir ja jetzt schon viel irgendwie so über die beiden Seiten und euch als Mittler dazwischen geredet. Du hast vorhin schon, wir sind ja so ein bisschen auch in deine und eure unternehmerische Reise eingestiegen. Das finde ich auch immer total interessant. Erzähl doch mal da noch ein bisschen mehr zu. Du hast gesagt, ihr seid lange Zeit in einem relativ kleinen Team unterwegs gewesen. Jetzt gerade stehen die Zeichen auf Wachstum. Erzähl doch mal so ein bisschen was zur Teamentwicklung eures Unternehmens, bitte. Ja, sehr gern. Also, wir waren ja sehr lang in sehr kleinem Team unterwegs, sehr früh, einfach auch aus Kosten, Gesichtspunkten mit Werkstudenten, Praktikanten und ja, einfach die, die man sich eben leisten konnte, so muss man es einfach sagen. Aber in so einer frühen Phase ist auch sehr viel Energie natürlich in der Firma. Das heißt, wir konnten auch gute Leute davon überzeugen, bei uns mitzuwirken und haben einfach super viele Sachen ausprobiert. Wirklich, wie knacken wir unseren Case? Und in so einer Phase ist natürlich aber auch so, dass wenn man mit vielen jungen Menschen zusammenarbeitet, deren Reise dann auch immer wieder weitergeht, also dass wir da auch irgendwie, also, es ist immer super stark und super kreativ und super viel Energie, die dann das Team mitbringt oder die einzelnen Personen mitbringen. Aber wenn quasi nach einem Jahr oder so was diese Personen weg sind und wir auch teilweise unser Modell nochmal drehen und nochmal drehen, ist es auch immer schon herausfordernd gewesen, tatsächlich diese Learnings, die wir über die Jahre gemacht haben, immer wieder quasi dem neuen Team zu geben. Es ist deutlich besser geworden, als auch unser Team sich eingespielt hat, tatsächlich. Also auch wirklich einige Mitarbeiter sich dann gesagt haben, hey, das ist eigentlich hier der Ort, in dem ich auch bleiben will. Wir dann Mitarbeiter hatten, die jetzt mehrere Jahre dabei sind, sich ein eingespieltes Team, es ist deutlich ruhiger geworden im Operations, also viel weniger Drama, weil einfach die Daily Prozesse irgendwie dann auch einfach sich eingependelt haben. Ich habe einfach super viel gelernt, also alle drei, die die Firma gegründet haben, hatten keinerlei Erfahrung, also auch kaum Berufserfahrung. Und diese Naivität war ganz gut, um überhaupt so ein schweres Brett anzugehen, aber bringt natürlich auch einfach viele Fehler, also man ist da noch grün hinter den Ohren, weiß noch nicht, wie man Personal führt, weiß auch teilweise nicht, wie man Prozesse ordentlich aufsetzt, was wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist. All diese Sachen haben wir halt über die Zeit gelernt und das gesamte Team ist mitgewachsen und der Markt hat sich auch nochmal gedreht, was vielleicht auch wichtig ist. Wir waren auch schon sehr, sehr früh im Gespräch mit Immobilienunternehmen, auch mit großen Immobilienunternehmen, die damals, als wir losgelegt haben, ja auch erstmal nichts mit Sharing oder sonst was hören wollten. Das ist dann halt irgendwie, wir hatten jetzt irgendwie die letzten, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre, ging es in der Immobilienbranche nur immer weiter aufwärts, man konnte quasi die Miete verlangen, die man wollte und hatte dann einfach Vollauslastung und da ist natürlich jemand so wie wir, der dann sagt, hey, ich optimiere deinen Bestand, deinen Parkplatzbestand, hatten wir einfach auch nicht so einen Grip, also es war einfach etwas, wo wir gesagt haben, ja, ganz interessant, aber nicht mit mir bitte. Und da mussten wir auch immer weiter quasi unseren Pitch verfeinern, immer weiter verstehen, mit welchen Argumenten bekommen wir denn jemanden, dem es eigentlich schon super gut geht, also jetzt auf, Immobilienseite, wie kriegen wir den davon überzeugt, was Sinnvolles zu machen und das einfach wirklich da immer weiter kleinere Optimierungen gemacht, du hast auch eben nach Meilensteinen gefragt, da hatte ich auch wirklich jetzt nicht großartig gesagt, außer dass wir unseren Case geknackt haben, es ist auch so gewesen, dass ich rückblickend auch sagen würde, dass wir keine großen Meilensteinereignisse hatten, aber insgesamt ist es so, dass wir immer weiter kleinere Optimierungen gemacht haben. Und das ist dann eben der, ne, der Compound-Effekt, wo sich einfach wirklich viele kleinere Veränderungen einfach langfristig zu einem größeren Impact beitragen. Und all diese Erfahrungen müssten wir sammeln, also ich bin auch super dankbar, dass wir sehr geduldige Business Angels haben, die teilweise drei, vier Jahre das Gleiche gesagt haben. Wir haben gesagt, der Parkplatzmarkt ist komplett anders, ihr versteht nicht, wie es hier abläuft und erst später gewisse Basics dann auch verstanden haben. Ja, also ich bin so von der Reise, Unternehmerreise, bin ich super dankbar, dass ich die machen darf, dass ich auch eben Menschen gefunden habe, die an uns geglaubt haben, an die dir geglaubt haben und vor allen Dingen auch so viel Geduld an den Tag gebracht haben, die all diese Themen, die wir so als First-Time-Founder schlecht oder super schlecht gemacht haben, einfach genug Geduld hatten, da zu warten, bis wir uns auch als Unternehmer weiterentwickeln, bis wir unser Geschäftsmodell verstehen. Ja, das ist also, glaube ich, da hatten wir sehr viel Glück, nichtsdestotrotz war, dass der Markt, den wir uns ausgesucht haben, natürlich entsprechend schwer, also es ist halt physischer Markt, das ist jetzt keine Software, die man einfach irgendwie von heute auf morgen weltweit vermietet, sondern man baut halt Stein auf Stein auf, hat aber auch dann den Vorteil natürlich, dass man da auch nicht von heute auf morgen irgendwie rausgewaschen werden kann, nur weil, weiß nicht, ein internationaler Wettbewerber kommt oder eine AI-Revolution ist und dann, Parkplätze werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren gebraucht. Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch, was du eben gesagt hast, das fand ich total interessant, so dieser ganze Sharing-Gedanke, der wird ja immer größer und ist trotzdem noch am Anfang, ne, also wir sehen ja auch jetzt, allein Carsharing, wer hätte vor 15 Jahren gedacht, dass der Otto-Normal-Deutsche jemals es wagen würde, sein Auto mit jemandem zu teilen, ne, oder, oder kein eigenes Auto mehr haben zu wollen und so, ne, oder, es gibt ja immer mehr von diesen Sharing-Angeboten, was super ist und auch bei Parkplätzen macht es doch, macht es doch total Sinn, von daher drücke ich da auf jeden Fall die Daumen, dass auch dieser Zeitgeist euch da noch mit weiterträgt. Absolut und ich meine, die Veränderung jetzt in dem Immobilienmarkt, also dass man jetzt auch sagt, okay, hey, wir müssen uns auch manchmal auf Kosten, Auslastung, Effizienz, drum kümmern, das ist Ampidu halt, einfach passt halt perfekt für die Zeit, die aktuell ansteht. Also wenn wir diesen, die mehr Effizienz bringen, bessere Ressourcennutzung und wenn du die ersten 10 Jahre aber in einem Markt warst, wo Ressourcen eigentlich gar kein Thema waren, also irgendwie, unendlich viel Geld irgendwie gefühlt oder zumindest so das Mindset dann war, dann ist es deutlich schwieriger, so ein Modell auf dem Markt zu etablieren, wie, aber wir merken tatsächlich, das ist erstmalig, ich will nicht, ich glaube, ein bisschen Rückenwind tatsächlich spüren und das ist auch ganz stark und du hast ja auch gesagt hier, die Sharing-Modelle, es gibt super viele, es gibt auch super viele, die dann wieder weg sind, also wir werden ja auch mal, wenn man Sharing sagt, dann wird man auch schnell mal mit den E-Scootern verglichen oder auch irgendwie DriveNow und Co., die auch sehr, sehr lange gebraucht haben, überhaupt profitabel zu werden oder teilweise auch immer noch nicht sind. Das ist dann der Vorteil auch bei uns gewesen, dass wir ja sehr lange, sehr klein, sehr vieles optimieren konnten und wirklich verstehen konnten, okay, was funktioniert und was können wir jetzt eben weiter skalieren und so, dass wir unseren profitablen Weg gefunden haben, auch da bin ich super dankbar, dass wir da wirklich auch aufzeigen können, hier gibt es Modelle, Sharing-Modelle, die auch wirklich funktionieren. Ja, mega spannend. Und jetzt haben wir ja gerade auch über die unternehmerische Reise gesprochen und schon gesagt, es waren viele, viele kleine Iterationen mehr, denn große Meilensteine. Ihr habt euch jetzt schon zehn Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Was würdest du sagen, sind so aus deine persönlich unternehmerischen Top 3 Lessons learned während der letzten zehn Jahre? Was kannst du den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben und sagen, ey, das sind die drei Dinge, die habe ich auch persönlich als Unternehmer gelernt? Ja, dadurch, dass ich mir diese Liste noch nicht erstellt habe, werden es jetzt die ersten drei sein, die mir einfallen. Perfekt. Also eine Sache ist, also da würde ich sagen, das gehört wahrscheinlich zu den Top 3. Es kommt absolut auf die Menschen an. Also wir sind so weit, wie wir sind, weil wir die richtigen Leute letztendlich für uns gefunden haben. Und wir werden auch nochmal deutlich weiter, wenn ich an gewissen Stellen tatsächlich auf meinem Bauch gefühlt gehört hätte und gewisse Kooperationen oder gewisse Mitarbeiter, gewisse sonstige Zusammenarbeit auch früher gesagt hätte, hey, das passt nicht. Da wirklich zu sagen, hey, hör auf deinen Bauch, wenn es um zwischenmenschliche Themen geht, um Menschen geht und dann mal lieber mal einmal früher aufstehen und sich dann in Ruhe Gedanken machen, was wollte mir mein Bauch eigentlich sagen, ist besser, als das zu versuchen, zu ignorieren. Das auf jeden Fall. Und da hätte ich mir, also das ist jetzt seit vielen Jahren so, dass ich tatsächlich wirklich schaue, okay, wer sind die Menschen dahinter? Will ich mit denen arbeiten? Kann ich mir das vorstellen, sehr lange mit denen zusammenzuarbeiten? Ob das jetzt wirklich ein Team ist oder auch, wie schon gesagt, Kooperationen sind? Das ist einfach ein Nummer eins, weil es wird immer mal irgendwelche Situationen geben, die knauschen oder wo es dann nicht passt und da kommt es halt wirklich darauf an, okay, hat man eine Zusammenarbeit, die dann solche Themen auch tragen kann oder solche Phasen auch tragen kann. Das ist auf jeden Fall Nummer eins. Nummer zwei, auch geht es wieder um Menschen, sich auch ein breiteres Netzwerk aufbauen. Das ist auch wichtig, wirklich Menschen um einen herum haben, die man zu gewissen Themen einfach fragen kann. Also man muss nicht alles selbst machen, alle Fehler selbst machen. Ich habe halt gelernt, dass es viele Gründer und Gründerinnen gibt, die auch gerne ihre Erfahrungen teilen. Ich bin zum Beispiel auch bei einem Unternehmernetzwerk seit sehr vielen Jahren, EO, das ist auch Gold wert, tatsächlich zu reflektieren, andere Menschen zu fragen, hey, wie hast du das gemacht? Und da habe ich bisher immer echt so ehrliche Antworten bekommen. Da hätte ich auch gerne lieber früher darauf zurückgegriffen und um dann zu überlegen, okay, was mache ich mit dieser Erfahrung? Passt das für meine Situation? Und da das Beste rauszunehmen. Mega. Nummer drei. Ja, das dritte. Ja, das dritte ist vielleicht auch ein bisschen etwas, wo ich auch Zeit gebraucht habe, also viele Jahre gebraucht habe, um das zu verstehen, dass man auch eine Regeneration für seinen Kopf benötigt. Oh ja. Die ersten fünf, sechs Jahre. Ich meine, klar, ich glaube, wenn man gründet, dann ist das einfach wirklich, das ist einfach so viele Problemfelder, die dann, oder so viele Themen, die man bearbeitet, beackert parallel mit sehr, sehr wenig Ressourcen. Diese Klassiker, wir haben einfach im Büro geschlafen und alles ist auch ganz cool und gehört, glaube ich, auch dazu. Aber ab einem gewissen, also wenn man mehrere Jahre das macht, muss man spätestens dann anfangen, auch sich diese Phasen des Abstands zu gönnen oder auch zu erlauben. Also ich sehe es halt eher sportlich. Also ich verdiene halt Geld dadurch, dass ich gute Gedanken habe, gute Entscheidungen treffe und jeder Sportler würde sich auch seine Regenerationsphasen genauso hart planen, wie er sein Training plant. Unbedingt. Ja, und das versuche ich jetzt auch, also tatsächlich auch wirklich, wenn ich einfach lieber mal einen Schritt zurückgehe, vor schweren Entscheidungen, wenn es eben diese Zeit gibt, also wenn es jetzt keine Deadline ist, sondern wenn man weiß, okay, die Deadline liegt noch weiter zurück, vielleicht mal einen halben Tag Pause, bevor man jetzt in eine sehr große Entscheidung trifft oder auch wirklich Urlaub zu machen. Das habe ich früher auch nie gemacht. Da auch wirklich, es hat immer jedes Mal das Gleiche gewesen, ich komme aus dem Urlaub zurück und dann ist einfach mit einer ganz anderen Energie, ganz neue Ideen, man sieht die Dinge nochmal anders, all diese Dinge, ja, wie gesagt, die ersten fünf, sechs, weiß nicht, vielleicht auch sieben, ja, wahrscheinlich die ersten sechs Jahre gar keinen Urlaub oder nur so mal irgendwie mal ein verlängertes Wochenende oder sowas und das war, glaube ich, schon schädlich für die Firma. Also als, also eigentlich jeder, also jeder Mitarbeiter sollte auch auf jeden Fall sich da die Regenerationsphasen nehmen, was auch immer Regeneration für einen bedeutet, ob das Sport ist oder wirklich nur am Strand rumliegen oder wandern, was auch immer dazu beiträgt. Aber das wirklich so zu planen, wie, also wirklich sportlich zu betrachten und das so fest einzuplanen, so wie man eben auch sein Training einplant, ist ein starkes Learning, ja. Ja, finde ich mega wichtig, gerade so im Bereich Mental Health. Also vielen Dank, dass du das teilst. Wenn du erlaubst, würde ich eine persönliche Frage direkt anschließen, weil ich sehr beeindruckt war, auch so in dieser Kennenlern, in unserer persönlichen Kennenlernphase, also zwischen dir und mir, habe ich ja auch mitbekommen, dass du mit der Family irgendwie eine ganz, eine längere Zeit als, so klassischerweise, wir fahren mal ein, zwei Wochen in Urlaub, sondern ihr wart ja eine längere Zeit im Ausland. Wie ist die Erfahrung so für dich gewesen? Wie hat es geklappt, auch für dich als Gründer und CEO? Wie war das für dich? Ja, also das schließt ja genau an dem ein, was ich jetzt eben gesagt hatte. Wir haben ja über die Jahre jetzt wirklich ein super starkes und solides Team. Die wissen einfach, was die machen. Und ich habe das irgendwie über, das hat einfach mehrere Jahre gedauert, aber ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich größtenteils für das Thema Wachstum und langfristige Strategie zuständig bin oder auch größere Entscheidungen, sodass ich nicht mehr in dem Daily Doing so stark eingebunden bin oder teilweise auch gar nicht mehr eingebunden bin. Und ja, also die ersten Urlaube, die ich mir genommen habe, war tatsächlich nach der Geburt meiner ersten Tochter. Die ist jetzt 5. Und dann quasi als sie 1 war, habe ich dann gesagt, hey, also es ist tatsächlich so, dass ich da erst angefangen habe, die Zeit wert zu schätzen und auch wirklich zu sagen, okay, worin investiere ich jetzt? Weil vorher gefühlt war, irgendwie Zeit unendlich. Man hat einfach immer weiter gearbeitet und da wirklich zu sagen, hey, ich möchte auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Und was ist wirklich etwas, was produktiv ist und was ist einfach nur verschwendete Zeit, wenn man so will. Das viel stärker zu priorisieren und dann auch dann wirklich zu sagen, okay, was sollte ich als Gründer, Geschäftsführer auch wirklich tun und was ist etwas, was eigentlich bei mir liegt, was nicht bei mir liegen sollte. Also diese ganze Priorisierung kam tatsächlich dadurch, dass meine Zeit verknappt wurde. Na klar. Und habe dann auch meinen ersten Urlaub gemacht mit meiner Tochter und meiner Frau zusammen. Und auch da dann zu sehen, hey, die Firma brennt nicht ab, wenn du dann irgendwie mal zwei Wochen weg bist. Und habe dann halt mit dem sukzessive daran tatsächlich gearbeitet. Okay, was sind so die Themen, die wirklich bei mir liegen, die aber gar nicht bei mir liegen brauchen? Wer könnte das übernehmen? Wo leiste ich tatsächlich gar keinen Mehrwert? Sondern bin teilweise vielleicht sogar schlechter als andere Teammitglieder. Also so auch wiederum, da gab es ein großes Event tatsächlich, dadurch, dass meine Tochter auf die Welt kam, dass so eine große Verknappung war. Aber ansonsten über die Jahre waren es eher kleinere Optimierungen, wirklich zu sagen, okay, täglich, eigentlich wöchentlich oder spätestens monatlich zu gucken, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Und woran hatte ich Spaß? Was macht mir gar keinen Spaß? Auch diese Themen. Es gibt Dinge, die geben mir einfach super viel Energie. Die könnte ich auch einfach wirklich theoretisch unendlich machen, wenn ich nicht irgendwie auch private Verpflichtungen hätte. Und andere Themen, das stört mich dann schon, wenn ich 15 Minuten daran arbeite. auch dieses Verständnis darüber zu bekommen, was hilft mir, was hilft mir nicht? Wer bin ich selbst? All diese Themen kommen halt mit dem Alter, kommen halt dadurch, dass man irgendwie sukzessive daran arbeitet. Genau, und jetzt hatte ich ja noch meinen Sohn auf die Welt bekommen. Also mein Sohn noch bekommen, der ist jetzt, der wird jetzt eins. Und da habe ich auch gesagt, hey, ich möchte einfach auch das erste Jahr wirklich mitbekommen. Habe mein Team dann auch schon rechtzeitig auch darüber informiert. Hey, ich habe jetzt vor, längere Zeit immer im Ausland zu sein und von dort aus zu arbeiten. Das waren halt acht Wochen. Also quasi, wir haben eine Crowdinvesting-Kampagne gemacht und habe dann quasi die Crowdinvesting-Kampagne aus dem Ausland gemacht, gesteuert. Und nachdem die Kampagne zu Ende war, habe ich dann auch wirklich gesagt, hey, jetzt wird aber auch wirklich Stecker rausgezogen und dann einfach mal das Leben genossen, die Familie genossen, für die Familie da sein. Konnte dann zurückkommen, natürlich mal wieder voll aufgeladen mit Energie und dann auch wirklich, dass man wirklich auch PS reinbringt und nicht nur Anwesenheit, sondern wirklich sagen, okay, jetzt werden wieder Dinge umgesetzt, es werden wieder Bärme rausgerissen. Und das ist ja schon wichtig, also tatsächlich, wenn man dann in der Geschäftsführerrolle muss man, also so sehe ich, das ist auch meine Aufgabe, auch entsprechend immer auch Energie zu teilen. also wirklich, dass viele sich auch teilweise an der Energie, sich ihre eigene Energie entwickeln und dann wirklich Gas geben können. Und dafür sollten die Akkus 100% aufgeladen sein. Und das habe ich mir jetzt in diesem Jahr zum Beispiel auch eben durch einen längeren Aufenthalt in Laos dann auch genehmigen können. Ja, mega gut. Das war für mich auch eine der größten Lektionen zu erkennen, die knappste Ressource für mich als Unternehmer bin ich selber. Und wenn ich nicht kann, dann kann auch kein anderer mehr. Also darauf wirklich zu achten. Du hast eine Sache gerade noch erwähnt, die auch gleichzeitig meine letzte Frage, eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage für unser Gespräch heute ist. Erzähl uns doch mal, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Erzähl doch mal, wie das gelaufen ist, bitte. Ja, sehr gerne. Vielleicht beim Feld noch ein Gedanke, den würde ich auch noch mal gerne teilen. Ich sehe das auch tatsächlich als Aufgabe des Gründers, des Unternehmers, der Unternehmerin, ein Unternehmen zu bauen, das ohne einen funktioniert. Voll. Und dass es dann quasi solche Auszeiten oder Urlaub oder was auch immer man, wie man es nennen kann, nimmt, ist ja auch immer so mal so ein Test, eine Probe, wie gut man eigentlich unterwegs ist für das Ziel. Absolut. Genau, zu der Crowdinvesting-Kampagne, die haben wir dieses Jahr gemacht. Die ist super gut gelaufen. Also einfach deutlich besser, als wir es erwartet hätten nochmal. Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Dann ist man natürlich auch entsprechend vorsichtig oder denkt auch, was passiert, wenn es dann doch nicht irgendwie klappt oder wenn da ja niemand investieren will und solche Gedanken, bekommt man dann auch immer mal wieder. Bei uns hat es super geklappt. Also wir haben auf der Plattform Rockets Kapital eingesammelt, 700k, also wir wollten ursprünglich 500k, aber das war dann schon so in den ersten Wochen, glaube ich, oder so, dass wir da schon fast dran waren, dass wir gesagt haben, hey, wir verlängern es nochmal und konnten dann auf 700k erhöhen. Mega gut. Haben dann auch das, glaube ich, in zwei Wochen oder sowas zusammenbekommen. Was besonders war in unserem Modell, ist, wir haben ja ein Endkundenprodukt, wir haben sehr, sehr viele Nutzer, die unseren Service nutzen und regelmäßig nutzen und wiederholt nutzen und wirklich unseren Service wertschätzen. Und die haben wir natürlich auch entsprechend angeschrieben. Also nicht alle Nutzer, sondern jetzt so ein bisschen die Power-User, gesagt, hey, wir haben folgendes vor, wenn du, du bist schon lange dabei, hättest du auch Interesse daran, irgendwie noch stärker involviert zu sein und uns eben bei diesem Weg zu unterstützen. Und das ist nochmal dort viel, viel deutlicher, positiv ausgefallen, als ich gedacht hatte, also wie viele langjährige Kunden auch noch in Ampido investiert haben. Das ist nochmal auch für mich eine große Auszeichnung einfach gewesen. Also wenn man dann sieht, auch wenn, also man kann halt ab 250 Euro investieren, da waren halt alles mögliche, Summen dabei, von 250 über 500, über 1000, 5000 Euro, 10.000 Euro Investments von Kunden. Das ist so die größte, also für mich die größte Auszeichnung als Unternehmer. Wie gesagt, man hat halt was gebaut hat, was Kunden viele Jahre nutzen und dann sagen, hey, ich finde das ist so gut, ich nehme sogar mein eigenes Geld nochmal on top und investiere, weil ich sogar an die gesamte Firma glaube. Und das ist dann auch eine sehr, sehr starke Basis, auf der wir jetzt wirklich unsere Firma weiterbauen können und auch wissen, hey, wir sind auf einem super guten Weg unterwegs und es gibt einfach Menschen, die uns brauchen und auch wirklich an uns glauben und zwar sehr, sehr viele sogar. Ja, das ist also einfach total positiv überrascht über die Crowdinvesting-Kampagne. Megaspannend, danke, dass du das jetzt auch noch mit uns geteilt hast. Ich würde jetzt mit dir gerne auf die Zielgerade unseres Gesprächs abbiegen, weil wir glaube ich so an die Aufmerksamkeitsgrenze der Hörerinnen und Hörer da draußen stoßen. Ich danke dir für diesen spannenden Ritt durch zehn Jahre Ampido und auch zehn Jahre Ja-So-Ja-Damit zu gucken, wie können wir eigentlich ungenutzte Parkflächen in der Stadt nutzen, um, naja, du hast ja gesagt, wir haben kein Parkplatzproblem, sondern ein Kommunikationsproblem, weil so viel Freifläche ungenutzt steht, während Menschen irgendwie mit Parkplatzfindungsverkehr die Kommunen belasten und das fand ich total interessant, mich mit dir darüber auszutauschen, du hast deine drei Key Lessons learned als Unternehmer geteilt, dass es auf Menschen ankommt, dass wir ein breites Netzwerk bauen sollen und dass Regeneration für den Kopf total wichtig ist und hast da noch ein bisschen persönlichen Einblick in deine Family Auszeit gewährt. Danke auch dafür und jetzt zum Schluss haben wir über eure mega erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne geredet. Es war mir ein Fest. Danke, dass du am Start gewesen bist, lieber Ja-So und gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das musst du uns heute noch mitgeben? Nee, also vielen Dank, wer bis hierhin zugehört hat und ich danke dir auf jeden Fall für die Gelegenheit, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte. Super, danke dir. Auch an dich da draußen, der oder die, die du zugehört hast. Vielen Dank, weil wir machen den ganzen Spaß hier ja nur für dich, damit du demnächst deinen Parkplatz finden kannst, aber auch, damit du unternehmerisch auf gute und positive Gedanken kommst. Dementsprechend kannst du auch uns unterstützen, indem du diesen Podcast teilst, indem du eine Bewertung darlässt, indem du einfach darüber sprichst oder uns auch sehr gerne ein Feedback gibst, entweder was wir noch für dich besser machen können, was Themen sind, die dich umtreiben oder auch wer Menschen sind, die wir für dich vor das Mikrofon holen sollen. Da würden wir uns sehr freuen in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.